Ich meine, die anderen kommen auch alle viele Jahre, aber das sind so ganz toll, die bestellen schon immer 15 Karten und dann brauche ich nicht so viel zu tun. Jetzt gehen wir mit dem nach oben hin. Kennst du, hast du nie meine Musik mehr? Genau. So, jetzt gehst du einen nur russisch an den Ort. Und wenn du aber auf den nächsten Veranstaltungen von Co-op kommst, dann hast du den gefälligst umzuziehen. Aber ihr auch, ne? Nicht vergessen, das kostet eine Runde.